Ich habe gelernt, dass Bedarfsein übergegeben, das, was sehr wichtig ist. Meine Tate ist ein Mensch vom Prinzip. Er hat niemand noch getanzt. Es ist ihm nicht wichtig, dass alle Jäden in die Schule gehen. Er geht nicht. Er hat gehalten, dass sie eine Hypokritische. Sie gehen in die Schule und ich glaube nicht in Gott. Ich bin nicht Masken mit ihm. Aber ich denke, eine ganz herzreißende Szene ist in der Heim, wenn seine Plymenikus, seine gewohrene Barmitzwe und seine Schwester hat gewollt, er soll kommen und er hat nicht gewollt kommen. Sie hat gewöhnt und ganze Meises ist zum Sofis ein bisschen weicher geworden. Er hat nicht gewollt gehen in die Schule, aber er ist gekommen, zu sein dort. Zum Teil halte ich, also er ist nicht gewöngerecht, aber zum Teil habe ich größer der Heretz, weil er hat mit seinen Prinzipien gelebt. Ich bin nicht mehr geschw протfert. Ich bin nicht gewohnt, weil er zog ausreichend war. Ich bin nicht mehr, ich bin nicht mehr. Ich bin nicht gewohnt, sondern ich bin nicht mehr.